Paris. Aus Raider wird jetzt Twix. Berlin. Sonst ändert sich nix. Madrid. Alles klar? Raider heißt jetzt Twix. Und dann, äh, dann muss ich dir noch was sagen. Ja? Es ist aus zwischen uns. Aus und vorbei. Und das sagst du mir so einfach am Telefon? Es ist vorbei, ja? Silvia? Silvia, bist du noch dran? Ich schlage vor, du behältst den Wagen. Du hängst doch so an ihn. Absolut unabhängig. Mit dem C-Netz der Telekom. Das ist nett von dir, Schatz. Ihr Jahreshoroskop für 1992. Sie werden sich in einen Löwen verlieben. Der neue Peugeot 106. Im Januar bei Ihrem Peugeot-Händler. Haha, heute mit der malen Bier. Hm, zum Steak schmeckt mir Bier halt am besten. Na schon. Nur dein Atem. Genießen Sie deshalb nach dem Essen Double Mint. Mit natürlicher Minze. Doppelt frisch. So gibt Double Mint natürlich frischen Atem. Double Mint für natürlich frischen Atem. Man nehme Crème fraîche. Der Löffel frischer Raffinesse. Von Dr. Oetker. Manchmal räumt sie das Wohnzimmer aus und veranstaltet eine spontane Party. Meine Hemden tragen wir abwechselnd, aber sie sieht darin viel besser aus. Wenn wir ausgehen, liebt sie es mit mir zu tanzen, egal wo wir sind. Ich glaube, sie hat telepathische Kräfte. Das ist eine unwiderstehliche Verbindung. Zeit für Gefühle. Zeit für Baileys. Man sollte in einem Auto reine Luft atmen können. Natürlich. Das Astra-Reinluftfiltersystem. Ohne gleich ein Jahresgehalt hinblättern zu müssen. Der neue Opel Astra. Eine Generation voraus. Ist der Wichtigste. Vielen Dank.